hallo und herzlich willkommen zur nächsten folge tech it light mit dem zug zu hd und zu nein war haben wir nicht mehr doch sieben stück brauche ich vier pro platte drei ich brauche ja noch mal diamanten für die iridium platten gott für acht acht mal drei also ja es hat gereicht aller das brauche ich noch vor mixed metal ingot oh gott man bekommt ja kacke ja ich lass es gerade noch junge ich pack mal acht iridium oder in system das ist schon mal ganz toll und jetzt erkläre ich mal unsere mfs us geld also und ich gemerkt dass ich behindert bin ja gut ich auch ja ja habt ihr überhaupt meinen neuen skin schon gesehen ich nehme an schon ich nicht du nicht ich kann nicht sagen wir wollen warte mal wo bist du tatsächlich schau mal vorne drauf tgf tv der gamefreak tv und hinten der dia spitz hat ihm die sich gehört ja schön also und ich darf wieder mal kraften und zwar so ein forst viel und was aber ein forst ist egal und noch mehr firing ja schön was mal ich mache schon mit der innen mit dem mit dem pulverizer oder in doch schluss haben wir nicht und pulverizer der funktioniert gerade auch nicht wirklich habe ich das gefühl aber ich habe noch ferros ja sollten wir haben aber schon bearbeiten doch bearbeitet man nicht alterwischen den lederrüstung wir haben 46 leder ich habe ich habe es nicht mehr im roch also ich brauche kupfer oder was ist kupfer wie er sich noch er machten einen einen Prozess ist es nur umdurchst aber so doch noch mehr Kursen und so und der Fünder mit dem Amok kochen ja ich nicht mehr brauchst du wolle 9 oder 15 Wolle 15 2 ja wir haben zwei weise wollen ja ich hab die 15 eingelegt sollte reichen oder ja gut also und zwar Silber und so macht dann ein paar Text von dem Zeugs hier ah da macht der zu zum paar Text das habe ich dann gehört also und jetzt brauche ich Juli und die Leidze noch Hausaufgaben machen ich freue mich so extrem also was das aber ich dir nie also 4 brauche ich pro also brauche ich 16 noch mal ein Stack Junge schaue ich böse aus warte schnell wo bist du nein das ist jetzt die Vorstufe von der von der Quantum das ist der Nanosuit der hat auch schon also ich laufe jetzt mit 400.000 EU herum ja schön ja schön ist anders aber was 400.000 oder 100.000 100.000 100.000 100.000 und unsere MFSU sind gleich schon wieder voll ah gut in geothermal Generator hat es sehr viel gespeichert gehabt das ist natürlich von Vorteil also 20 schnausskreise aber ich kann nicht noch nicht so toll sprinten du hast also Wortmann zwei von den doch und in zum Bierbrauch also auch braucht von denen ah auch zu uns brauchen in der Ferne kenne deine Geheimen Alter die die Kühe und Schafe die am ausrasten Dolo also aber viel Gold äh nicht wenig glaube ich ja schau mal warte schnell jetzt bin ich gerade am craften ok so gerne wie ich crafte haben wir noch viel Gummi keine Ahnung ja Alter was weisst du nichts ja ich merke es gerade Gold aber wir haben kein Dichtungsmaterial Dichtung ah wir haben nur vier Dichtung Kaktusgrün aber wir haben 34 Kaktusse 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 also Halla du Kaktusse du Bronze haben wir noch Bronze äh nee ich glaube ja nur Rüstung ja komm und die einschmel äh mit der ich schau mal Alter ich will nicht was wir mal gemacht haben nee kannst gar nichts damit machen ich hab gerade geschaut mit Usage Alter dann halt geht nicht also was brauche ich noch was brauche ich was brauche ich was brauche ich ist die bessere Frage äh ach ja stimmt jetzt muss ich äh was wollte ich machen ich hab mir noch Kupferdast Kupferdast haben wir glaube ich auch nicht wenn du jetzt da rein tust wird es sofort verarbeitet weiss also warte ich nehme es mal hier schnell raus ja aber Junge was dann mach einfach ein Kupferdast mehr dann kannst du es hier oben wieder rein tust noch hat man uns deckt nicht wir haben hier können wir schnell schlafen danke schlafe jetzt einfach schnell dann geht die Juju Meta Fabrik weiter das willst du doch auch ja können wir morgen auch wieder aufnehmen wieder auf äh warte Axt gut ich geh schnell Gummibäume fällen also also wir haben auch eine große Spitzhacke nützt mir nichts ich weiß also Tindast haben wir auch wahrscheinlich keins Tindast Tindast haben wir auch kein nee dann Tind aber du kannst dir den Pulverizer oben anschalten er hat noch Strom nein der ist voll es geht auch viel länger aber egal wir haben ja Zeit Tindast die Rüstung muss ja nicht innerhalb von fünf Folgen fertig sein ja eigentlich nicht aber weil sonst musst du Gas geben das ist jetzt die vierte ja also okay was die habe ich jetzt ich brauche noch diese Advanced Maschinenblocks das das brauche ich Kupfer und Tin so das sollte reichen wie viel brauche ich siebentausend so Gummibäume sind wieder angepflanzt also bald noch zwölf Setzlinge ich hätte es ein Slime Junge hier hat es ein Slime aha ein kleiner Slime also mittlerer Slime jetzt hat es keine Slime mehr so große so große habe ich und dann brauche ich noch hast du denn das wieder reingetan? ja gut also irgendwie lag bei mir das Tag ich habe nur 60 FD ist mir scheiss egal ja ne alter doch junge so der arbeitet super so was könnte man noch tun ne ne raffinerie ne die baue ich noch nicht habe ich schon mal die Pumpe und die Redstone Motoren und die raffinerie baue ich noch noch vorallt noch er ist uns bei dir so jetzt so m betonung zu können von den Dingen baue ich hier hinten ne neue Treppe zur Query mhm boah Junge wir haben sehr wenige Eisen im Moment für 300 ja dann brauch doch nicht alles Junge wie viel Eisen am Anfang als wir begonnen haben hatten wir 1200 lass uns deine Kackrüstung liegen und du kannst es weiter machen wenn wir mehr Rohstoffe haben ja Junge ist gleich bald ne verstehe es endlich es braucht nicht mehr viel ich brauche nicht mehr viel es braucht einfach zu viel und hier unten brauch ich einen Wassereimer ja das ist unglaublich ich brauche nicht mehr viel in fünf Minuten Junge wir haben kein Eisen mehr ja ja schön dann gehst du im Fall eigenhändig mit einer Spitzhacke und einer Tinkkanne in die Mine und den Rest lässt du hier und du gehst Eisen suchen ich garantiere es dir also warte jetzt zu 100.000 Prozent so ich muss hier unten schnell Wasser setzen wir haben sehr viel Lava hier oh Creeper also gut Junge jetzt mach ich wirklich nicht mehr viel ja nur noch 400 Eisen gell ja es geht jaha eben ein paar Servo-Motoren Alter und wieviel leisten brauchen die ein Maschinenblock und eine elektrische Chakra und zum scheiß Eloni ah fuck Alter ich muss hier unten hier hier unten ich muss hier unten das Wasser lassen weil er sonst sind wir am Arsch also gut Junge jetzt hab ich aber ja das ist du für fünf Minuten schon gesagt boah ok Junge jetzt also das Jetpack brauche ich jetzt nicht mehr ok es ist einfach sehr behindert sag ich jetzt mal ohne die Schuhe warte die Schuhe sind glaube ich gar nicht zu teuer Junge lass es ja Junge ich brauche jetzt zwei Servo-Motoren und zwei Wolle und dann hab ich die Schuhe fertig dann mach ich nachher nur noch die Hosen die Schuhe sind notwendig sonst sterbe ich noch ja wenn du weinst wir haben 10.000 Scrap wir haben nicht mehr 10.000 Scrap wir haben nicht mehr 10.000 Scrap wir haben noch 8.300 Scrap wir haben noch 8.300 Scrap wir haben noch 8.300 Scrap so 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 Alter wir haben einfach viel zu viele kleine Schafe wenn du meinst ja Junge im Käfig im Käfig hat es etwa 20 kleine Schafe geschätzt geschätzt gell in etwa 10 kleine Kühe so und das hier noch und ob ich diese zwei scheisse Motoren dann zwei Wolle brauche ich noch diese zwei scheisse Motoren was habe ich da gesagt nichts du bist auch taub oder genau ich gebe dir gleich taub Junge so hier Fertilizer rein jetzt gibt es mal ein bisschen mehr Möhren nicht nur von der Tierfarm sondern von nicht nur aus dem Fertilizer sondern von noch vom anderen so und weg 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 also was brauche ich jetzt noch alles Oh Junge die Folge ist vorbei dann können wir sicher noch eine aufnehmen oder vielleicht vielleicht nicht wenn ich noch ein bisschen Eisen brauchen darf etwa 6 Stück oder so 6 aber nicht mehr warte schnell warte mal was brauche ich für diesen Kontrollen so aber zuerst finden wir jetzt hier die Folge also Leute wenn euch diese Folge gefallen hat lasst eine positive Bewertung hier und dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder macht's gut macht's gut bis dann Ciao